Hallo zusammen! Ein arbeitsintensives, aber seit Jahren bewährtes Feuchtigkeitsschutzverfahren mit Flüssigbitumen. So sieht Millimeterarbeit aus. So sieht Millimeter aus. Hier ist etwas, was den Retro-Liebhabern unter euch gefallen dürfte. Hundertprozentige Handarbeit. 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 Die regelmäßige Hohpflege ist eine von vielen Aufgaben eines Pferdehalters. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf diesen Bildern ist die Herstellung eines Hobels zu sehen. Gute Arbeit! So entstehen perfekte Straßenmarkierungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Arbeiten zu sehen, ist eine echte Augenweide. Wenn die notwendigen Handgriffe eingeübt sind, klappt alles auf Anhieb. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine geschickte Kombination aus Holz- und Epoxidharz ergibt ein Kunstwerk. Kaum aufgetragen, lässt der Lack das Spielfeld wie neu aussehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Aus diesem Gärtner wäre ein toller Friseur geworden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er hat ein großes Talent, was das Nachahmen der Natur angeht. Schaut euch den Spachtelkünstler nur an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein aufregender Moment, der erste Schritt in der Restaurierung eines alten Möbelstücks. Einfach perfektes Versiegeln von Fliesenfugen. Einfach perfektes Versiegeln von Fliesenfugen. Und weg ist die Verstopfung. Und weg ist die Verstopfung. Mit dieser Pflaster-Schablone kann man im Handumdrehen Bodenoberflächen im Außenbereich gestalten und dabei ein wunderschönes Ergebnis erzielen. Bei diesem interessanten Verfahren wird feiner Kies in Ter gepresst. Es wird oft in ländlichen Gegenden benutzt, da dieser Straßenbelag besser als eine unbefestigte Oberfläche ist, aber nicht so teuer wie Asphalt. Es flüstert Respekt ein, wenn Menschen ihre Kreativität einsetzen, um ihre Arbeit sauber und effizient zu erledigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Dampfstrahlverfahren ist eine äußerst effektive Methode, um Mauerwerk von Ruß und Schmutz zu befreien. Genießt es einfach. Musik 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 Perfekter hätte man es kaum machen können. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Die Schneidekünste dieses Kochs sind unglaublich. Er verwandelt handelsüblichen Tofu und Gurken in ein kulinarisches Meisterwerk. Die Schneidekünste sind unglaublich. Ein inspirierender Verwandlungsprozess. Extrem hohe Hecken und ein ebenso hohes professionelles Niveau. Die Schneidekünste sind unglaublich. Habt ihr auch mal Lust mit einer Druckluftpistole zu arbeiten? Die Rindfleischpatties machen richtig Bock auf einen saftigen Burger, oder? Die kreativen Glasbläser fertigen Cowboyhüter aus Glas an. Hut ab! Die Schneidekünste sind aufgezwartig. Auch sieben, wütend fallen. Die Schneidekünste sind unglaublich. Abonniere die Schneidekünste sind ungefähr. Die Schneidekünste sind ungefähr die Schneidekünste sind aber auch nicht zufrieden. Die Schneidekünste ist ungefähr 4-3-4-4-4-4-8-4-6. Wo ist die Schneidekünste? Baumwolle wird weißes Gold genannt. Diese Aufnahmen zeigen einen modernen Baumwolle-Anter in Aktion. Es ist immer ein wunderbares Gefühl, wenn man das Ergebnis der eigenen Arbeit sieht. Mit dieser programmierbaren Maschine lassen sich im Handumdrehen wunderschöne Muster auf Holz übertragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich frage mich, wie viele tolle paar Schuhe mit diesen Maschinen bereits angefertigt wurden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der letzte Schliff, der jeden Perfektionisten zufriedenstellen sollte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es heißt nicht umsonst, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Wer in einer Schmiede arbeitet, darf keine Sekunde verlieren. Und dieser Profi weiß es wie kein anderer. Es kommt oft vor, dass Rennwagenreifen auf der Rennstrecke schmelzen. Und so werden sie ausgebessert. Musik Ein souveräner Umgang mit einem extrem fragilen Material. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.